Luzius Aeneus Seneca Vom Glück, vom Schmerz und von der Seelenruhe Vom glücklichen Leben Wenn es sich um das Lebensglück handelt, darfst du mir nicht mit einer Antwort kommen, wie sie bei den Abstimmungen im Senat üblich ist. Auf dieser Seite scheint die Majorität zu sein. Denn eben darum ist sie die Schlimmere. Wo es sich um Fragen der Menschheit handelt, sind wir nicht in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass der Mehrzahl das Bessere gefalle. Der Standpunkt der großen Masse lässt gerade den Schluss auf das Schlimmste zu. Wir müssen also fragen, was zu tun das Beste, nicht was das Gebräuchlichste ist und was uns den Besitz ununterbrochen dauernden Glückes sichert, nicht was dem großen Haufen, diesem verwerflichsten Ausleger der Wahrheit, genehm ist. Zur großen Masse rechne ich aber ebenso gut gekrönte Häupter wie Menschen im Kittel, denn ich blicke nicht auf die Farbenpracht der Kleider, die dem Körper ein stattliches Aussehen verleihen, ich traue nicht den Augen, wo es sich um den Menschen handelt. Ich habe eine bessere und zuverlässigere Leuchte, um Wahres und Falsches zu unterscheiden. Es ist des Geistes wert, den der Geist auffinden soll. Schauen wir also aus nach einem nicht äußerlich glänzenden Gut, sondern einem solchen, das in sich gefestigt und gleichmäßig ist und seine höhere Schönheit von weniger bemerkbarer Seite zeigt. Das lasst uns ausfindig machen. Und es liegt nicht in der Ferne, man muss nur wissen, wohin man die Hand strecken soll. Jetzt tappen wir gleichsam im Finsteren, haben das sehnsüchtig Gesuchte unmittelbar vor uns und gehen dicht daran vorüber. Doch um dir lange Umwege zu ersparen, will ich mich nicht auf die Meinungen anderer einlassen, denn es wäre eine zeitraubende Sache, sie aufzuzählen und zu widerlegen. Lass dir meine Ansicht genügen. Glücklich ist dasjenige Leben, das mit seiner Natur in vollem Einklang steht. Briefe an Lucilius Folge meinem Rat, mein Lucilius, widme dich dir selbst, halte deine Zeit zusammen und hüte sie. Du hast sie dir bisher entweder geradezu wegnehmen oder heimlich entwenden oder auch nur entschlüpfen lassen. Glaube mir, es ist so, wie ich schreibe. Ein Teil unserer Zeit wird uns offen geraubt, ein Teil uns heimlich entzogen und ein Dritter verflüchtigt sich. Am schimpflichsten aber ist derjenige Verlust, der auf Rechnung der Nachlässigkeit kommt. Gib nur genau acht. Der größte Teil des Lebens fließt uns dahin in verwerflicher Tätigkeit, ein großer im Nichtstun und das ganze Leben in Beschäftigung mit Dingen, die mit dem wahren Leben nichts zu schaffen haben. Zeige mir den, der wirklichen Wert auf die Zeit legt, der den Tag zu schätzen weiß, der ein Einsehen dafür hat, dass er täglich stirbt. Das eben ist die große Selbsttäuschung, der wir uns hingeben, dass wir den Tod in die Zukunft verlegen. Zum großen Teil liegt er schon hinter uns. Alles vergangene Leben liegt im Banne des Todes. Lass keine Stunde ungenützt vorübergehen. Nimm den heutigen Tag voll in Beschlag. Dann wirst du weniger von dem Folgenden abhängen. Mit dem Aufschieben lassen wir das Leben nur enteilen. Nichts, mein Lucilius, ist unser wahres Eigentum außer der Zeit. Dieses flüchtige und schwer fassbare Gut ist das Einzige, dessen Besitz uns die Natur vergönnt hat und doch verdrängt uns der erste Beste daraus. Ja, so groß ist die Torheit der Menschen, dass, während sonst auch das Kleinste und Unbedeutendste, wenn es nur überhaupt ersetzbar ist, von dem Empfänger als Schuldposten anerkannt wird. Niemand sich aber als Schuldner fühlt dem Gegenüber, der ihm seine Zeit gewidmet hat, während doch gerade dies das Einzige ist, was auch der Dankbare nicht wiedererstatten kann. Nicht nur nach deinen schriftlichen Mitteilungen, sondern auch nach dem, was ich höre, darf ich Gutes von dir hoffen. Du hastest nicht hin und her und zerstreust dich nicht durch häufigen Ortswechsel. Unstetes Hin- und Herflattern ist Anzeichen eines krankhaften Gemütszustandes. Erstes Anfordernis an eine Geistesverfassung, die als eine Wohlgeordnete gelten soll, ist meines Erachtens die Fähigkeit, den Schritt zu hemmen und Einkehr in sich selbst zu halten. Frage dich aber, ob nicht die Beschäftigung mit vielen Schriftstellern und das Lesen von Büchern mannigfachsten Inhaltes einer großen Unstetigkeit und Eilfertigkeit Vorschub leistet. Man muss zu bestimmten Geistern in ein dauerndes und vertrautes Verhältnis treten, wenn man einen dauernden Gewinn für seine Seele sich sichern will. Nirgends ist, wer überall ist. Die ihr Leben auf Reisen hinbringen, machen die Erfahrung, dass sie viele Gastfreunde haben, aber keine Freunde. Nichts Nütze und kein Zuwachs für den Körper ist die Speise, die der Körper sofort nach dem Genuss wieder von sich gibt. Nichts hemmt mehr die Genesung als häufiger Wechsel der Arzneien. Die Wunde vernarbt nicht, an der vielerlei Heilmittel versucht werden. Die Pflanze gedeiht nicht, der man einen häufigen Bodenwechsel aufzwingt. Nichts ist so nutzkräftig, dass es im bloßen Vorbeigehen nützt. Die Menge der Bücher wirkt zerstreuend. Da du also nicht alles lesen kannst, was du haben kannst, so genügt es, so viel zu haben, als du lesen magst. Wenn ich den heutigen Tag ganz mir selbst widmen kann, so verdanke ich das nicht sowohl mir als dem Schauspiel, das die ganze Masse der Zudringlichen zu dem Massenkampf mit dem Ball gerufen hat. Niemand überfällt mich, niemand stört mich in meinem Nachdenken, dass durch dies Gefühl der Sicherheit sich zu kühnerem Schwunge erhebt. Das ewige Türknarren, das Aufziehen des Vorhangers kommt heute in Wegfall. Ich kann in sicherer Ruhe meinen Gedanken nachgehen, was besonders Not tut, wenn man sich ganz auf sich selbst verlässt und seinen eigenen Weg verfolgt. Habe ich also nicht Vorgänger, denen ich folge? Gewiss, Aber ich traue mir zu, auch selbst etwas zu finden, wie auch zu ändern und von manchem mich loszusagen. Ich stimme ihnen bei, ohne mich doch zu ihrem Sklaven zu machen. Ich habe aber den Mund doch zu voll genommen, wenn ich mir völlige Ruhe und ungestörte Einsamkeit versprach. Hör nur den ungeheuren Lärm, der vom Zirkus herüberschallt und mich zwar nicht mehr selbst entreißt, wohl aber zu einer vergleichenden Betrachtung anregt. Es drängt sich mir der Gedanke auf, wie viele den Körper üben, wie wenige den Geist. Wie groß ist doch der Andrang zu einem leicht wiegenden und jeden ernstesbaren Schauspiel, wie sticht er ab von der Einsamkeit, von der sich die edeln Wissenschaften umgeben sehen. Wie kläglich steht es doch um die Geistesverfassung derer, deren Arme und Schultern wir bewundern. Am meisten beschäftigt mich der Gedanke, wenn der Körper durch Übung es zu einer Ausdauer bringen kann, die nicht bloß Faustschläge, sondern auch Fußtritte von mehr als einem Gegner aushält. Wenn einer den glühendsten Sonnenbrand im heißesten Staube triefen von Blut über sich ergehen lassen kann. Wie viel leichter könnte wohl der Seele zu jener Kraft verholfen werden, die des Schicksals Schläge ungebeugt über sich ergehen lässt, die, zu Boden geworfen und mit Füßen getreten, gleichwohl sich wieder erhebt. Denn der Körper bedarf wieder Zufuhr, um sich bei Kräften zu erhalten. Der Geist wächst von innen heraus, nährt und übt sich selbst. Jene Ringkämpfer bedürfen viel Speise, viel Trank, viel Öl, viel Zeit für ihre anstrengenden Übungen. Dir kann die Tugend zuteil werden ohne Zurüstung, ohne Aufwand. Was dich tugendhaft machen kann, ist in dir. Das einzige Erfordernis für dich, um tugendhaft zu sein, was ist es? Ein fester Wille. Was kannst du aber Besseres wollen, als dich loszureißen von dieser Knechtschaft, unter der alle leiden, und die selbst die allerniedrigsten und inmitten des tiefsten Elends geborenen Sklaven von sich abzuschütteln suchen? Ihr kleines Vermögen, das sie sich vom Mund absparten, geben sie als Preis für die Freiheit. Und du trägst kein Verlangen, um jeden nur möglichen Preis zur Freiheit zu gelangen, in der du geboren zu sein vermeinst? Was schielst du nach deinem Geldkasten? Sie lässt sich nicht erkaufen. Die Eintragung deines Namens in die Liste der Freien hat nichts zu besagen. Im Besitze der Freiheit sind weder die, die sie erkauften, noch die, die sie verkauften. Du selbst musst dir dies gut geben, musst es von dir selbst fordern. Befreie dich vor allem von der Furcht vor dem Tode. Er ist es, der uns das Joch auferlegt. So dann von der Furcht vor der Armut. Wozu dein ängstliches Umschauen nach dem, was dir vielleicht zustoßen, aber auch nicht zustoßen kann? Ich meine Brandunglück, Hauseinsturz und anderes dergleichen, was uns durch das Zufallsmacht trifft, nicht durch heimtückische Hinterliste. Richte dein Augenmerk vielmehr auf das und gehe dem aus dem Wege, was auf uns lauert und uns zu fangen sucht. Schwer zwar, aber doch seltener sind die Schicksalsschläge wie Schiffbruch oder Sturz mit dem Wagen. Vom Menschen dagegen droht dem Menschen täglich Gefahr. Gegen diese mache dich kampfbereit, auf sie richte dein Augenmerk. Kein Übel ist häufiger, keines hartnäckiger, keines verführerischer. Das Unwetter droht, ehe es aufsteigt, die Häuser knistern, ehe sie einstürzen. Der Brand kündigt sich durch Rauch an. Aber plötzlich kommt das Verderben vom Menschen und wird umso sorgfältiger verdeckt, je näher es heranrückt. Du irrst, wenn du den Minen derer vertraust, die dir entgegenkommen. Sie sehen wie Menschen aus, haben aber die Seele von wilden Tieren. Nur daß bei diesen der erste Anlauf gefährlicher ist. Sind sie einmal an uns vorüber, so suchen sie nicht wieder nach uns. Denn niemals reizt sie etwas anderes, als der Notwendigkeitsdrang, dazu Schaden zu tun. Hunger oder Furcht sind es, die sie zum Kampf nötigen. Bei dem Menschen ist es die reine Willkür, wenn er den Menschen ins Verderben stürzt. Du aber, sei bei dem Gedanken an die Gefahr, die vom Menschen droht, zugleich darauf bedacht, dir die Pflicht des Menschen klarzumachen. Bei dem einen nimm dich in Acht, daß du nicht verletzt werdest, bei dem anderen, daß du ihn nicht verletztest. An ihrem Wohlsein freue dich, an ihrem Ungemach nimm herzlich teil und erinnere dich an das, was du zu leisten und wovor du dich zu hüten hast. Hältst du es so im Leben, was darfst du dann erwarten? Nicht, daß sie dir nicht schaden, wohl aber, daß sie dir keine Täuschung bereiten. So weit wie möglich, aber suche deinen Schutz bei der Philosophie. Sie wird dich in ihrem Schoße bergen. In ihrem Heiligtum wirst du sicher oder doch sicherer sein. Ein Zusammenstoß erfolgt nur bei denen, die auf der nämlichen Straße wandeln. Mit der Philosophie aber darfst du dich nicht brüsten. Für viele wurde sie der Anlass zur Gefahr, wenn man sie in übermütiger und herausfordernder Weise missbrauchte. Sie soll dir dazu verhelfen, deine eigenen Fehler loszuwerden, nicht anderen, die ihrigen vorzurücken. Sie soll sich nicht in schroffen Gegensatz stellen zu der allgemeinen Sitte und nicht geflissentlich den Schein erwecken, als verurteile sie, was sie selbst nicht tut. Man kann weise sein, ohne Gepränge und ohne Unwillen zu erregen. Du hältst dich für den Einzigen, dem es so ergangen und wunderst dich wie über etwas Unerhörtes, dass es dir durch deine lang sich hinziehende Reise und durch den mannigfachen Wechsel der Landschaftsbilder nicht gelungen ist, dich deines Trübsinnes und deiner Schwermut zu entschlagen. Deine Sinnesweise musst du ändern, nicht den Himmelsstrich. Magst du das weite Meer durchkreuzen, mögen dir, wie unser Vergil sagt, Länder und Städte entschwinden, deine Fehler werden dir überall hin folgen. Einem, der dieselbe Klage führte, erwiderte einst Sokrates, Was wunderst du dich, dass deine Reisen dir nichts nützen? Bist du es nicht selber, den du herumschleppst? Was dich forttrieb, sitzt dir unmittelbar auf dem Nacken. Was kann die Neuheit der Gegenden dir frommen? Was die Kenntnis von Städten oder Örtlichkeiten? Zwecklos ist dieses hin und her. Du fragst, warum dir diese Flucht nichts helfe? Du selbst begleitest dich auf deiner Flucht. Erst musst du den Druck loswerden, der auf deiner Seele lastet. Vorher wirst du dich an keinem einzigen Platze wohlfühlen. Dein jetziger Zustand hat, das musst du dir sagen, einige Ähnlichkeit mit demjenigen, der hoch erregten und von Verzückung ergriffenen und zum guten Teil schon von einem anderen als dem ihrigen erfüllten Geist der Seherin. die Vergil uns vorführt. Tobend versucht die Prophetin, ob etwa der Brust sie entschütteln könne den mächtigen Gott. Du wanderst von einem Orte zum anderen, um den in dir liegenden Druck loszuwerden. Aber eben durch diese Bewegung wird er nur noch lästiger. Es steht damit ähnlich wie mit einem Schiffe, während die festverstaute Last weniger Druck ausübt, lässt die ungleichmäßig verstaute Last das Schiff sich schneller nach der Seite senken, nach der das Übergewicht hinzieht. Du magst machen, was du willst, es fällt immer zu deinem Nachteil aus, durch die Bewegung selbst schadest du dir, denn du schüttelst nur einen Kranken. Hast du aber jenen Herd des Unheils entfernt, dann wird jeder Ortswechsel dir Freude machen. Magst du auch in die äußersten Erdstrecken verbannt werden, magst du in wer weiß welchem Winkel des Barbarenlandes dich aufhalten müssen, allen Talben wird sich dir ein freundliches Unterkommen bieten, wenn auch noch so bescheidener Art. Es kommt für dich mehr darauf an, wer es ist, der da kommt, als wohin er kommt, und daher dürfen wir unser Herz an keinen Ort hängen, sondern müssen der Überzeugung leben, ich bin nicht für einen Winkel geboren, mein Vaterland ist diese ganze Welt. Wäre dir das klar, so würdest du dich nicht wundern, dass dir der Wechsel der Landschaften keinen Nutzen bringt, zu dem dich der Überdruss an dem alten Wohnsitz immer wieder treibt. Die erste Beste würde dir gefallen haben, wenn du jede für die deine gehielt ist. Dein jetziges Verhalten ist kein Reisen, nein, es ist ein Umherirren, ein Sich-Umher-Treiben und Wechseln des Ortes, während das, wonach du suchst, ein lobenswertes Leben an jedem Orte zu finden ist. Gibt es ein stürmischeres Treiben als das auf dem Forum? Selbst da kann man ruhig leben, wenn es nötig ist. Doch wenn man frei über sich verfügen kann, so werde ich wenigstens schon den Anblick und die bloße Nähe des Forums meiden, denn wie ungesunde Landstriche auch der festesten gesundheitsschädlich sind, so gibt es manche, die einer an sich löblichen, aber noch nicht zu voller Reife und Kraft gelangten Sinnesart wenig zuträglich sind. Ich denke anders als die, welche sich mitten hineinstürzen in die Fluten und unter Bevorzugung eines sturmbewegten Lebens täglich hohen Mutes den Kampf mit den Schwierigkeiten des öffentlichen Lebens auf sich nehmen. Der Weise wird sich unter Umständen in solche Lage finden, wird sie aber nicht zum Gegenstand eigener Wahl machen. Er wird lieber in Frieden als im Kampf leben wollen. Hat man sich seine eigenen Fehler entledigt, so hat man nicht viel davon, wenn man mit Fremden kämpfen muss. Dreißig Tyrannen heißt es, umstanden den Sokrates ohne seinen Mut brechen zu können. Was liegt daran, wie viel der Herren es sind? Der Knechtschaft ist nur eine. Wer diese verachtet, der ist frei, mag auch die Zahl der Tyrannen noch so groß sein. Du irrst, mein Lucilius, wenn du meinst, Üppigkeit, Missachtung der Sittlichkeit und was jeder seiner Zeit zum Vorwurf macht, sei ein besonderer Fehler unseres Jahrhunderts. Dies Gebrechen liegt nicht in den Menschen, nicht in den Zeiten. Kein Zeitalter ist frei von Schuld. Und wenn du dich daran machst, die sittliche Verwahrlosung jedes Jahrhunderts zu prüfen, so muss man, so beschämend es ist, sagen, niemals wurde offener als vor den Augen des Kato gesündigt. Sollte man wohl glauben, Geld habe eine Rolle gespielt bei dem gerichtlichen Verfahren, in welchem Clodius der Angeklagte war wegen jenes Ehebruchs, den er heimlich mit Cäsars Gemahlin begangen hatte, unter Verletzung der für jene Opferfeier gültigen heiligen Verpflichtungen, die, wie man sagt, für das ganze Volk veranstaltet wird, unter Ausschluss jedes Mannes aus dem Festraum, in welchem sogar die Bilder männlicher Wesen sorgfältig verdeckt werden? Gleichwohl ließen sich die Richter durch Geld bestechen. Ja, was noch schmählicher ist als dieser Schacher, es wurde überdies die Buhlschaft mit vornehmen Damen und mit Knaben edler Geburt an Soldes Stadt ausbedungen. Das Verbrechen war weniger schuldvoll als die Freisprechung. Der des Ehebruchs Angeklagte machte sich zum freigebigen Spender von Ehebrüchen und hielt seine Freisprechung nicht eher für gesichert, als bis er seine Richter sich gleich gemacht hatte. Der Gleichen wird nach wie vor geschehen und die Zuchtlosigkeit der Städte wird wohl ab und zu durch Strenge und Furcht niemals von selbst nachlassen. Du hast also keinen Grund zu glauben, wir hätten der Zügellosigkeit die freieste Bahn gelassen, den Gesetzen aber den Weg versperrt. Denn die heutige Jugend ist weit genügsamer als die damalige, wo der Angeklagte den Ehebruch vor den Richtern leugnete, die Richter aber vor dem Angeklagten sich dazu bekannten, wo Ehebruch begangen ward zugunsten der richterlichen Entscheidung, wo Clodius zu Macht und Einfluss gelangt durch dieselben Laster, durch welche er auf die Anklagebank kam, sich auf Kupplerkünste warf, zu nichts anderem als eben zu seiner gerichtlichen Verteidigung. Sollte man's glauben, er, der verurteilt werden sollte wegen eines Ehebruchs wurde freigesprochen durch viele. Unser Freund Liberalis ist jetzt von tiefer Trauer erfüllt durch die Nachricht von der Feuersbrunst, die unsere Pflanzstadt Lugdunum in Asche gelegt hat. Dieses Unglück, für jeden erschütternd, musste den stärksten Eindruck machen auf einen seiner Vaterstadt auf das innigste ergebenen Mann. So ist es denn dahin gekommen, dass ihn seine innere Fassung im Stiche lässt, zu der er eben nur solchen Ereignissen gegenüber sich kräftig genug gemacht hat, die befürchten zu müssen, er überhaupt für möglich hielt. Aber dieses Unglück war so war so unerwartet, ja so unerhört, dass ich mich nicht wundere, wenn niemand es befürchtete. War es doch ohne Beispiel. Denn Feuersbrunst hat viele Gemeinden heimgesucht, aber keine hat sie vernichtet. Denn auch, wo von Feindeshand Feuer in die Häuser geschleudert wird, bleiben viele Stellen verschont, und obwohl der Brand sich ab und zu wieder regt, hält er doch selten eine so gründliche Ernte, dass er für das Schwert nicht noch etwas übrig ließe. Selbst was Erdbeben anlangt, hat es doch kaum jemals eine so schwere und vernichtende Erschütterung gegeben, dass ganze Städte zugrunde gingen. Kurz, niemals hat es eine so verheerende Feuersbrunst gegeben, dass sie für eine zweite Feuersbrunst nicht noch etwas übrig ließ. So viel herrliche Werke, deren jedes einzelne eine Stadt berühmt machen könnte, hat eine einzige Nacht vernichtet. Und mitten im Frieden spielte sich ein Ereignis ab, das alles hinter sich lässt, was selbst im Kriege zu befürchten steht. Wer sollte es glauben? Allen Talben ruhen die Waffen, der ganze Erdkreis erfreut sich voller Sicherheit und Lugdunum, dieser Glanzpunkt ganz Galliens, ist nicht mehr zu finden. Allen, denen in ihrer staatlichen Tätigkeit das Schicksal schwere Prüfungen auferlegte, war es von diesem vergönnt, ihr kommendes Unglück im Voraus zu fürchten. Jedes erschütternde Ereignis erforderte sonst eine gewisse Zeit zur Entwicklung seiner zerstörenden Kraft, hier aber genügte eine einzige Nacht, eine großartige Stadt in ein völliges Nichts zu verwandeln. Ja, dieser mein Bericht an dich über ihren Untergang nimmt mehr Zeit in Anspruch als Dies alles wirkt lähmend ein auf das Gemüt unseres Liberales, das sonst fest und mutig ist bei persönlichen Verlusten. Und seine Erschütterung ist auch sehr begreiflich. Das Unerwartete drückt stärker auf uns, das Überraschende erhöht das Gewicht der Schicksalsschläge und welcher Mensch empfände nicht schmerzlicher den Verlust dessen, woran er mit voller Bewunderung hing? Daher müssen wir auf alles gefasst sein und unsere Gedanken nicht etwa bloß auf das richten, was zu geschehen pflegt, sondern was geschehen kann. Denn was gäbe es, was das Schicksal nicht, wenn dies in seinem Willen liegt, auch dem blühendsten Zustand entfremden könnte, was es nicht umso schärfer Angriffe unterschütterte, je glanzvoller es leuchtet. Was wäre ihm unerreichbar, was schwer? Nicht immer nur auf einem Wege erfolgt sein Angriff, nicht einmal immer auf dem ganzen Wege, bald ruft es unsere Kraft gegen uns zu Hilfe, bald findet es zufrieden mit der eigenen Kraft Verderbliches ohne Anstifter. Jede Zeit ist ihm gelegen. Mitten in den Lustgenüssen finden sich Veranlassungen zum Schmerz. Im tiefsten Frieden kommt es zum Ausbruch des Krieges und die vermeintlichen Sicherungen werden zu Bedrohungen. Der Freund wird zum Feind, der Bundesgenosse zum Gegner. Das ruhige Sommerwetter schlägt plötzlich um in Sturm, der brausender rast als im Winter. Ohne Feind müssen wir Feindseliges über uns ergehen lassen und finden sich sonst keine Gründe dazu, so ist es das eigene übermäßige Glück, das den Anlass zum eigenen Sturze gibt. Auch der Maßvollste bleibt nicht von Krankheit verschont, der Stärkste nicht von Schwindsucht, der Unschuldigste nicht von Strafe, der Zurückgezogenste nicht von verwirrendem Gelärme. Der böse Zufall weiß, irgendetwas Unerhörtes zu finden, wodurch er die Vergesslichen an seine Kraft erinnert. Was eine lange Reihe von Geschlechtern unter mancherlei Anstrengungen doch von der Hult der Götter begünstigt aufgerichtet hat, das lässt ein einziger Tag in alle Winde verfliegen. Lange Frist gewährt dem heraneilenden Unglück der, der von einem Tage spricht, eine Stunde aber schon ja ein Augenblick genügt, um große Reiche zu zerstören. Unsere Schwäche und unser Unvermögen fände einigen Trost, wenn alles für seinen Untergang ebenso viel Zeit brauchte wie für seine Entstehung. Tatsächlich aber wächst der Aufbau nur langsam empor, während es mit dem Untergang überraschend schnell geht. Weder der Einzelne noch der Staat hat einen festen Halt. Menschen wie ganze Gemeinden verfallen der Macht des Schicksals. Mitten in der tiefsten Ruhe erklingt der Schreckensruf und ohne das von außen störende Ursachen wirken, bricht Unheil herein von einer Seite, von der man es am wenigsten erwartet hätte. Ohne sichtbaren Anlass stürzen Reiche zusammen, die heimische, die auswärtige Kriege glücklich überstanden hatten. Welcher Staat hat sich auf die Dauer mit dem Glück abzufinden vom Ort? Man muss also alle Möglichkeiten überdenken und sich innerlich feien gegen alles, was da kommen kann. Verbannung, Folter, Krankheit, Krieg, Schiffbruch, nichts halte für unmöglich. Ein Zufall kann dich dem Vaterlande, kann das Vaterland dir entreißen, kann dich in die Einsamkeit verscheuchen. Eben die Städte, wo man im Gedränge fast erstickt, kann zur Einöde werden. Jede denkbare menschliche Lebenslage muss man sich vor Augen stellen und dabei nicht auf die Häufigkeit des Vorkommens, sondern auf den höchsten Grad desselben sich im Voraus gefasst machen, wenn wir nicht unterliegen und uns nicht durch das Außergewöhnliche, als wäre es etwas Unerhörtes betäuben lassen wollen. Man muss das Schicksal in seiner vollen Gewalt dem Geiste gegenwärtig halten. Wie oft sind Städte Asiens, wie oft Städte Achaias durch ein einziges Erdbeben zertrümmert worden, wie viele Städte Syriens und Mazedoniens sind versunken, wie oft ist Zypern von diesem Unglück heimgesucht worden, Wie oft ist Paphos in sich zusammengestürzt? Oft genug ward uns der Untergang ganzer Städte gemeldet und wir, die wir so häufig davon Nachricht erhalten, müssen wir denn etwa immer eine Ausnahme machen? Machen wir uns also kampfbereit gegen die Heimsuchungen des Schicksals und sagen wir uns, dass das, was auch sich ereignet haben mag, nicht so gewaltig ist, als es gerüchtweise erscheint. Eine blühende Stadt, die Zierde der Provinzen, zu denen sie gehörte und von denen sie sich zugleich abhob durch ihre Herrlichkeit, sie ist in Asche gelegt. Aber sie lag auf einer einzigen, nicht besonders ausgedehnten Anhöhe. Blicke hin auf alle die Städte, die jetzt als großartig und herrlich gepriesen werden, selbst die letzten Spuren derselben wird die Zeit verwischen. Siehst du nicht, wie in Achaia die Fundamente auch der namhaftesten Städte bereits geschwunden sind und dass es keine Überreste noch irgendwelche Kunde davon gibt, dass sie wenigstens einmal da gewesen sind? Und nicht bloß was durch Menschenhand errichtet sinkt dahin, nicht bloß was durch Menschenkunst und Menschenfleiß entstanden rafft die Zeit hinweg, ganze Bergrücken bröckeln ab, ganze Geländestrecken senken sich und Gegenden, die meilenweit vom Meere entfernt lagen, sind jetzt von seinen Fluten bedeckt. Die unbändige Kraft des Feuers hat ganze Hügel, die von seinem Widerschein erglänzten in sich zusammensinken lassen, ja, selbst himmelhohe Berggipfel den Seefahrern ein Trost und Wegweiser zu Bruche gebracht. Also auch was die Natur selbst geschaffen hat, bleibt nicht verschont. Und darum müssen wir mit Gleichmut uns da rein finden, dass auch Städte zugrunde gehen. Sie stehen nur, um der eins zu fallen. Allen steht dies Ende bevor. Sei es, dass eine verhaltene Gewalt und die aus ihrem Verschluss hervorbrechende Windbraut die Fessel sprengen, von der sie gehalten werden. Sei es, dass die im Verborgenen nur umso verheerendere Kraft der Gießbäche sich hervordränge oder dass die Gewalt der Flammen das Gefüge des Bodens zerrüttet hat oder dass das Alter, vor dem nichts bewahrt bleibt, sich Stück für Stück dieses Bodens bemächtigt hat oder dass bösartiges Klima die Völker fortgetrieben und das Land in verwahrlostem Zustand zurückgelassen hat. Alle Anschläge des Schicksals aufzuzählen würde zu weit führen. Dies eine aber, weiß ich, ist sicher. Alles Menschenwerk ist zur Vergänglichkeit verurteilt. Wir leben inmitten einer Umgebung, der keine Dauer beschieden ist. Mit diesen und ähnlichen Trostgründen suche ich unserem Liberales beizukommen, der von einer unglaublichen Liebe zu seiner Heimat durchdrungen ist. Und doch, wer weiß, vielleicht ist diese seiner Heimat nur untergegangen, um umso schöner wieder zu erstehen. Oft hat gewaltsames Unrecht nur Platz gemacht für eine bessere Lebenslage. Vieles ist zu Fall gekommen, um sich umso höher zu erheben. Tim Magenes, der für das Glück unserer Stadt nichts übrig hatte, pflegte zu sagen, die Brände in Rom bereiteten ihm nur deshalb Schmerz, weil er wüßte, dass aus den Trümmern des Brandes Besseres erstehen werde. So darf man denn auch in unserem Falle bei diesem Brandunglück von Lugdunum annehmen, dass alle wetteifern werden, das Verlorene durch Besseres und Sichereres zu ersetzen. Möge der Neugründung eine längere Dauer beschieden sein, möge sie unter glücklichen Wahrzeichen einer längeren Zukunft entgegensehen. Ich beklage den Tod deines Freundes Flackus, doch möchte ich nicht, dass du dich deinem Schmerze zu sehr hingibst, dass du dich überhaupt jeden Schmerzes entschlagest, das wage ich kaum zu fordern, obschon ich weiß, dass es besser wäre. Aber wem wäre eine solche Seelenstärke zuzutrauen, doch höchstens demjenigen, der schon weit über das Schicksal erhaben ist. Und selbst diesem wird in solchem Fall eine leichte Erschütterung nicht erspart bleiben, wenn es dabei auch sein Bewenden haben wird. Was aber uns anlangt, so ist es verzeihlich, wenn wir Tränen vergießen, sofern wir sie nur nicht maßlos strömen lassen, sondern ihnen wehren. Weder Trocken sollen die Augen bleiben beim Verlust eines Freundes noch überströmen, weinen sollen wir, nicht jammern. Scheine ich dir damit eine harte Forderung zu stellen. Hat nicht Griechenlands größter Dichter das Recht zu weinen auf einen einzigen Tag beschränkt, durch den Hinweis auf Niobe, die bei all ihrem Leid doch an Speise gedacht habe? Fragst du, woher all das Jammern, woher dieser endlose Tränenstrom? Die Tränen sollen als Beweis unserer Sehnsucht dienen. Wir geben uns nicht dem Schmerze hin, sondern zeigen ihn. Niemand zielt mit seiner Trauer auf sich selbst. Oh, der unseligen Torheit, es gibt auch eine Eitelkeit der Trauer. Wie, höre ich dich erwidern, ich soll also meines Freundes vergessen? Du versprichst ihm nur ein kurzes Andenken, wenn dies Andenken zugleich mit der Trauer erlöschen soll. Nicht lange und irgendein Zufall wird deine Mine aufheitern und dir ein Lachen abgewinnen. Ich stelle die Heilung nicht der Länge der Zeit anheim, die ja alle Sehnsucht lindert und auch den heftigsten Seelenschmerz sich beruhigen lässt. Du darfst nur nicht immer dich selbst im Auge haben, dann wird sich dieses Trauer Gespenst verabschieden. Jetzt hütest du deinen Schmerz. Allein auch dieser Obhut entzieht er sich und verliert sich umso schneller je heftiger er ist, seien wir im Umgang mit den Unsrigen darauf bedacht, dass das Andenken an sie, wenn der Tod sie uns geraubt hat, uns ein angenehmes ist. Niemand kehrt gern zu dem zurück, woran er nicht ohne quälende Selbstvorwürfe zu denken vermag. Dann ist es auch unausbleiblich, dass der Name der uns durch den Tod entrissenen Freunde eine gewisse Verstimmung in uns hervorrufe. Aber selbst diese Verstimmung hat doch wieder einen eigenartigen Reiz. Denn wie unser Attalus zu sagen pflegte, die Erinnerung an verstorbene Freunde hat einige Ähnlichkeit mit gewissen Früchten, die herb und süß zugleich sind und mit besonders altem Wein, dessen etwas bitterer Geschmack es gerade ist, was einen gewissen Reiz für uns hat. Nach Verlauf aber einer etwas längeren Zeit schwindet alles Peinliche und was zurückbleibt ist dann reines Vergnügen. Schenken Schenken wir ihm glauben so ist der Gedanke an lebende und den Wohlsein befindliche Freunde ein Genuss gleich dem von Honig und Kuchen frischen wir das Andenken von dahingeschieden wieder auf so entbehrt die Freude nicht einer gewissen Bitterkeit doch wer möchte leugnen dass auch diese Schärfe und Bitterkeit etwas mit sich führt was den Geschmack reizt Ich bin nicht dieser Ansicht Mir ist der Gedanke an abgeschiedene Freunde erfreulich und reizvoll Denn solange ich sie hatte schwebte mir immer ihr möglicher Verlust vor Augen Nachdem ich sie verloben ist es mir als hätte ich sie noch So lass denn mein Lucilius dein Verhalten deiner Billigkeit entsprechen Lege des Schicksals Gunst nicht zu dessen Ungunsten aus Es hat dir genommen aber auch gegeben Genießen wir also unsere Freunde mit einer Art Unersättlichkeit denn es ist ungewiss wie lange uns das noch vergönnt wird Bedenken wir wie oft wir uns von ihnen getrennt haben um eine längere Reise zu machen wie oft wir es verabsäumt haben sie zu sehen trotz gleichen Wohnortes dass wir den Lebenden gegenüber eine große Zeit Verschwendung getrieben haben soll man es sich aber gefallen lassen wenn Menschen die sich um ihre Freunde so gut wie gar nicht gekümmert haben aufs kläglichste um sie trauern und niemanden lieben außer wen sie verloren haben und sie trauern dann umso ausgiebiger weil sie fürchten dass man an der Ehrlichkeit ihrer Liebe zweifle sie haschen nach verspäteten Beweisen ihrer Ergebenheit haben wir noch andere Freunde so erweisen wir diesen einen schlechten Dienst und stellen ihnen ein schlechtes Zeugnis aus wenn sie sich als unvermögend erweisen uns über den Tod eines einzigen zu trösten haben wir aber keine dann haben wir uns selbst schwereren Schaden zugefügt als der ist den uns das Schicksal bereitete dieses hat uns nur einen entrissen wir haben uns um alle gebracht die wir uns nicht zu Freunden gemacht haben ferner hat der der nicht mehr als einen zu lieben vermochte auch diesen einen nicht zu beklagen zu beklagen ich weiß es ist eine abgedroschene Wahrheit die ich jetzt vorbringen will gleichwohl werde ich sie nicht deshalb übergehen weil jedermann sie im Munde führt auch wer nicht vorsätzlich seinem Schmerze ein Ende macht findet es doch im Verlaufe der Zeit für einen vernünftigen Menschen gibt es kein schimpflicheres Mittel gegen die Traurigkeit als das allmähliche Erlahmen des Trauerns besser du gibst deinen Schmerz auf als er dich besser du lässt sobald als möglich von dem ab was auch wenn du wolltest du nicht lange tun kannst ein Jahr haben unsere Altvorderen festgesetzt für die Trauer der Frauen nicht als ob ihre Trauer so lange andauern müsste sondern in dem Sinne dass sie nicht länger dauern dürfte für Männer gibt es keine gesetzliche Zeit denn das verträgt sich nicht mit ihrer Ehre doch von jenen Vertreterinnen des schwächeren Geschlechtes die man kaum mit aller Gewalt vom Scheiterhaufen entfernen kaum von dem Leichnam losreißen kann von ihnen zeige mir auch nur eine einzige bei der der Tränenstrom einen ganzen Monat angehalten hätte Nichts macht einen rascher unbeliebt als die Traurigkeit ist sie noch neu so findet sich mancher tröster für sie und mancher lässt sich zu einem Besucher herbei ist sie aber eingewurzelt so wird sie verlacht und nicht mit Unrecht denn entweder ist sie erheuchelt oder töricht ich selbst der Schreiber dieses Briefes habe den Aeneos Serenus meinen teuren Freund so über alles Maß beweint dass ich zu meiner nicht geringen Beschämung ein Muster bin für solche die keine Gewalt über ihren Schmerz haben jetzt aber bedauere ich mein Verhalten und erkenne auch klar den hauptsächlichen Grund zu dieser meiner tiefen Betrübnis ich hatte nämlich niemals daran gedacht dass er vor mir sterben könne mir schwebte immer nur vor dass er jünger sei als ich und zwar viel jünger als ob sich das Verhängnis genau nach den Jahren richtete wir sollen daher beständig an unsere sowie aller unserer lieben Sterblichkeit denken ich hätte damals zu mir sagen müssen mein Serenus ist jünger als ich was macht das aus er müsste wohl nach mir sterben aber er kann auch vor mir sterben ich habe es nicht getan und so hat das Schicksal mich unvorbereitet plötzlich überrumpelt hat denke denke du gleich jetzt daran dass alles sterblich ist und zwar sterblich nach einem unbestimmbaren Gesetz was irgend einmal geschehen kann das kann auch heute geschehen sagen sagen uns also mein teuerster lucilius dass auch wir bald dahin gelangen werden wohin er zu unserer betrübnis gelangt ist und wer weiß wenn anders was die weisen reden wahr ist und uns irgendeine stätte aufnimmt dann ist er uns nur vorausgesandt den wir uns als vernichtet vorstellen von der gemüts ruhe aufräumen muss man mit dem ewigen hin und her rennen das so viele Menschen in atem hält die in häusern in theatern und auf den marktplätzen herum schwirren sie drängen sich anderen auf um für sie tätig zu sein und sie sehen immer aus als hätten sie etwas zu tun fragst du einen von ihnen wenn er auf die Straße heraustritt wohin was hast du vor so wirst du zur antwort bekommen wahrhaftig ich weiß es selbst nicht aber ich werde schon jemanden sehen werde etwas zu tun bekommen ohne bestimmtes ziel treiben sie sich beschäftigung suchend umher und haben es nicht auf etwas bestimmtes abgesehen sondern lassen den Zufall walten ihr umherlaufen ist unbedacht und erfolglos wie bei den Ameisen die auf den Bäumen umher kriechen bald oben bald unten sich bewegend ohne Beute ein diesen ähnliches Leben führen jene vielen deren Leben man wohl einen geschäftigen müßiggang nennen könnte manche erwecken unser Mitleid wenn sie wie zu einer feuersbrunst rennen sie drängen die ihnen begegnenden zur seite und bringen sich und andere zu fall während ihr ganzes gelaufe doch nur den zweck hatte entweder einen zu begrüßen der ihm den Gruß nicht einmal erwidert oder sich dem Leichenzug für einen ganz unbekannten Menschen anzuschließen oder einen bekannten Streithammel vor Gericht zu hören oder dem Verlöbnis eines der sich nicht zum ersten Male verlobt beizuwohnen sie machen sich zu begleitern einer senfte ja helfen hier und da auch beim tragen derselben wenn sie dann in zweckloser Ermüdung nach Hause kommen so schwören sie sie wüssten selbst nicht weshalb sie ausgegangen wären wo sie gewesen wären um dann am nächsten Tage wieder dieselbe Irrfahrt anzutreten jede Arbeit muss also irgendeinen Zweck irgendeine bestimmte Beziehung haben nicht der Tätigkeitstrieb setzt diese Rastlosen in Bewegung es sind die täuschenden Trugbilder der Dinge die die Verblendeten nicht ruhen lassen denn auch bei ihnen ist es irgendwelche Hoffnung die zur Bewegung anregt es reizt sie irgendein Scheinbild dessen Nichtigkeit ihrem befangenen Geist nicht zum Bewusstsein kommt ohne Ausnahme gilt für alle die ihr Haus nur verlassen um das Straßengetümmel noch größer zu machen das folgende es sind leere und nichtige Gründe die einen Stadt umher führen ohne dass er irgendwelchen ernstlichen Arbeitswillen hat treibt ihn das Morgenlicht hinaus auf die Straße und nachdem er an so mancher Tür vergebens geklopft und die dienenden Geister begrüßt hat trifft er ob schon von so vielen abgewiesen doch niemanden schwerer zu Hause an als sich selbst mit diesem Unfug hängt jene abscheuliche Unsitte zusammen die Ohrenbläserei und Aushorcherei das Auskundschaften öffentlicher und geheimer Vorgänge und das Wissen um viele Dinge die zu erzählen ebenso bedenklich ist wie sie zu hören Vielfach muss man auch in sich selbst ein Kehr halten denn der Umgang mit anders gearteten Menschen stört das erlangte innere Gleichgewicht und weckt Leidenschaften wieder auf und führt allen Schwächen und bedenklichen Rückständen der Seele neue verderbliche Nahrung zu doch muss man beides verbinden und miteinander abwechseln lassen Einsamkeit und Geselligkeit wie die erstere in uns die Sehnsucht nach Menschen weckt so die letztere die Sehnsucht nach uns selbst und beide werden einander hilfreich ergänzen den Hass gegen das Menschengetümmel wird die Einsamkeit heilen den Überdruss an der Einsamkeit das Menschengetümmel ferner darf man den Geist nicht in unausgesetzt gleichmäßiger Anspannung halten sondern muss ihm auch Erheiterung schaffen Sokrates schämte sich nicht mit Knaben zu spielen und Kato pflegte beim Glase Wein die drückenden staatlichen Sorgen von sich zu schütteln und Scipio der Triumphator und Held hielt seinen Körper nicht für zu vornehmen um ihn nach dem Takt des Tanzes zu bewegen nicht mit gesuchter Zierlichkeit wie es jetzt üblich ist bei den Modehelden die schon in ihrem Gange eine mehr als weibische Weichlichkeit verraten sondern nach dem Muster der Männer der alten Zeit die bei Spiel und Festfeier nach Männerart den Boden zu stampfen pflegten ohne befürchten zu müssen an Achtung zu verlieren und hätten sie auch ihre Feinde zu Zuschauern Der Geist fordert Erholung Hat er sich ausgeruht so wird er sich umso kräftiger und regsamer erheben Wie man fruchtbare Äcker schonend behandeln muss denn zwingt man sie zu unausgesetzter Fruchtbarkeit so werden sie sich bald erschöpft haben so auch den Geist Unausgesetzte Anstrengung wird seinen Schwung brechen Gönnt man ihm einige Erholung und Ausspannung dann wird er wieder zu Kräften kommen Beständige Anstrengung hat eine gewisse Abstumpfung und Mattigkeit zur Folge Woher sollte auch das heftige Verlangen der Menschen nach derartiger Erholung kommen wenn Spiel und Scherz nicht eine gewisse natürliche Anziehungskraft hätten Allerdings wird das Übermaß der Anwendung dem Geist alle Wucht und alle Kraft rauben Ist doch auch der Schlaf zur Erholung unentbehrlich Setztest du ihn aber Tag und Nacht fort so wäre er der Tod Es ist ein großer Unterschied ob man etwas mäßigt oder ob man es aufgibt Die Gesetzgeber haben Feiertage angeordnet um die Menschen zu gemeinsamer Fröhlichkeit zu nötigen als gewissermaßen notwendige weil lindernd wirkende Unterbrechung der schweren Arbeit Was die wissenschaftlichen Studien anlangt So hat der Aufwand dafür an sich gewiss lobwürdig doch nur so lange Sinn und Verstand als er Maß hält Wozu die unzähligen Bücher und Bibliotheken von denen der Besitzer in seinem ganzen Leben kaum die Kataloge durchgelesen hat Es belastet die Masse den Lernenden ohne ihn zu belehren und es ist weit vernünftiger dich an wenige Schriftsteller zu halten als irrend umher zu schweifen von einem zum anderen 40.000 Bücher sind in Alexandria verbrannt Mag ein anderer diese Bibliothek als schönstes Denkmal königlicher Freigebigkeit preisen wie Titus Livius der sagt es sei dies ein hervorragendes Werk des guten Geschmackes und der umsichtigen Fürsorge der Könige gewesen es war dies weder guter Geschmack noch umsichtige Fürsorge sondern ein wissenschaftlicher Prunk ja man kann nicht einmal sagen ein wissenschaftlicher denn sie hatten es dabei nicht abgelegt auf wissenschaftliche Studien sondern auf eine Schaustellung wie so viele Ignoranten die ihre Nase niemals auch nur in ein Elementarbuch gesteckt haben die Bücher nicht als Hilfsmittel der Wissenschaft sondern als Schaustücke für ihre Mahlzeiten ansehen man schaffe sich also Bücher an so viel als zu unserem Bedarf hinreichen aber nicht zur Schaustellung Es ist doch besser erwiderst du wenn sich der Aufwand auf Bücher als auf korinthische Gefäße und Gemälde wendet was zu viel ist ist überall vom Übel was kannst du denn zur Entschuldigung eines Menschen vorbringen der erpicht ist auf Schränke von Zitrusholz und Elfenbein der die einzelnen Bände unbekannter oder nichtswürdiger Schriftsteller zusammensucht und inmitten dieser unermesslichen Bücherhaufen gähnt und sein eigentliches Vergnügen nur an den Vorsatzblättern seiner Bücherrollen und an ihren Titeln hat Es sind just die größten Faulpelze bei denen du die ganze Redner- und Geschichtsliteratur finden kannst aufgeschichtet auf Regale bis ans Dach hinauf findet man doch bereits in Badeanstalten und Termen Bibliotheken in nettester Aufmachung als unentbehrliche Zierde des Hauses Ich würde ja nichts dagegen haben wenn diese Erscheinung auf übertriebenen Eifer für die Wissenschaft zurückzuführen wäre Tatsächlich aber werden diese gesammelten Werke der gefeiertsten Geister geziert mit ihren Bildnissen nur zum Schein und zum Schmuck der Wände angeschafft Trostschrift an seine Mutter Helvia Wie wenig reicht hin um dem Menschen den nötigen Lebensunterhalt zu sichern Und wem kann es daran fehlen wenn er nur einigermaßen tüchtig ist Was mich betrifft so sehe ich klar Was mir fehlt ist nicht der Reichtum sondern die geschäftliche Tätigkeit Der Körper hat nur geringe Bedürfnisse Er verlangt Schutz vor Kälte Stillung von Hunger und Durst durch Nahrungsmittel Was außerdem begehrt wird so gilt die Bemühung dafür nur den Lastern nicht den Bedürfnissen Nichts nötigt uns dazu alle Tiefen zu durchsuchen oder Tiere umzubringen um den Magen zu belasten und Austern des fernsten Meeres an unbekannten Küsten zu Tage zu fördern Mögen Götter und Göttinnen diejenigen dem Untergange weihen deren schwelgerische Gier noch über die Grenzen eines so beneidenswerten Reiches hinausgreift Durch Beute von jenseits des Phasis her soll der Bedarf der ehrgeizigen Garküche befriedigt werden und man schämt sich nicht Vögel herbeizuschaffen aus dem Lande der Parter denen wir noch unserer Rache schuldig sind Von allen Seiten schleppt man alles Bekanntes und Unbekanntes zusammen dem verwöhnten Gaumen zu frönen Der fernste Ozean muss liefern was der durch Üppigkeit zerrüttete Magen kaum vertragen kann Man übergibt sich um zu essen und isst um sich zu übergeben und die Mahlzeiten zu deren Bereitung man den ganzen Erdkreis durchsucht hält man nicht einmal der Verdauung wert Wer diesen Unfug verachtet was kann dem die Armut anhaben Ist jemand von Verlangen nach dergleichen Genüssen erfüllt so ist ihm die Armut sogar von Nutzen denn er wird wider Willen geheilt und selbst wenn er sich nicht zwingen lässt zur Annahme der Gegenmittel so ist er doch vor der Hand wenigstens solange das Nichtkönnen andauert dem einigermaßen ähnlich der es nicht will Der Kaiser Caligula an dem wie mir scheint die schöpferische Natur zeigen wollte was bei höchster Lebensstellung der höchste Grad von Verworfenheit vermöchte hat an einem einzigen Tag zehn Millionen Sesterzien auf eine Mahlzeit verwendet und obschon er die Hilfe aller erfinderischen Köpfe dazu in Anspruch nahm konnte er doch kaum das Rätsel lösen den Tribut dreier Provinzen für eine einzige Mahlzeit zu verwenden Wehe über die Erbärmlichen deren Gaumen nur durch kostspielige Leckerbissen gereizt wird kostspielig aber macht sie nicht ein vorzüglicher Wohlgeschmack oder irgendein besonderer Reiz für den Gaumen sondern die Seltenheit und die Schwierigkeit der Beschaffung Übrigens wenn diese Feinschmecker nur zur Vernunft zurückkehren wollten was bedarf es solcher Künste zum Dienste des Bauches wozu die Vermittlungen des Handels wozu die Ausraubung der Wälder wozu die Durchforschung der Tiefen allen Talben finden sich Nahrungsmittel von der Natur überall hin ausgestreut aber daran gehen sie wie blind vorüber und durch Schweifen alle Zonen setzen übers Meer und während sie den Hunger mit geringem Geldaufwand stillen könnten reizen sie ihn durch wer weiß wie großen Ich möchte fragen wozu lasst ihr die Schiffe in See stechen wozu bewaffnet ihr eure Hände gegen Tiere und gegen Menschen wozu dies verworrene treiben und auseinander laufen nach den verschiedensten Richtungen wozu häufet ihr Schätze auf Schätze wollt ihr euch denn nicht besinnen auf das geringe Ausmaß eurer Leiber ist es nicht Wahnsinn und äußerste Verblendung bei so geringer Aufnahmefähigkeit so vieles zu wünschen mehret euer Vermögen auch noch so sehr erweitert euren Landbesitz ihr werdet doch eure Leiber nicht geräumiger machen wenn das Handelsgeschäft gut abgelaufen wenn der kriegsdienst reiche Beute gebracht wenn die überall aufgespürten Nahrungsmittel glücklich zusammengeschleppt sind so wird euch der Raum fehlen all diese Vorräte zu bergen warum scharrt ihr so vieles zusammen ja waren denn unsere Vorfahren deren Tüchtigkeit wir es verdanken dass wir auch jetzt noch bei aller Lasterhaftigkeit uns über Wasser halten waren sie denn etwa war unglücklich sie die sich mit eigener Hand ihre Mahlzeit bereiteten die den Erdboden als Ruhebett benutzten deren Häuser noch nicht in Goldschimmer glänzten deren Tempel noch nicht von Edelsteinen funkelten so schwur man denn damals heilige Eide bei Göttern die aus Ton gebildet waren und die welche jene Götter angerufen kehrten um sich keines Truges schuldig zu machen zum Feinde zurück obschon des Todes gewiß lebte etwa unser Diktator der den Gesandten der Samniter Zutritt gewährte und sie anhörte während er mit eigener Hand seinen bescheidenen Brei auf dem Herde umrührte mit jener Hand mit der den Feind schon oft geschlagen und den Lorbeerkranz in den Schoß des kapitolinischen Jupiter niedergelegt hatte lebte er etwa weniger glücklich als Apicius in unserer Zeit lebte welcher in der Stadt aus der einst die Philosophen als angebliche Jugendverderber ausgewiesen worden waren die Wissenschaft der Kochkunst zu seinem Berufe mit diesem seinem Wissensfach dem Zeitgeist seinen Stempel aufdrückte Bemerkenswert ist das Ende das es mit ihm genommen nachdem er hundert Millionen Sesterzien auf die Küche verwendet nachdem er die zahlreichen Geschenke der Großen und das gewaltige Einkommen von dem Kapitol durch eine Reihe von Gelagen vergeudet hatte und sich mit Schulden überladen sah verschaffte er sich nun zum ersten Mal Not gedrungen Einsicht in den Stand seines Haushaltes die Rechnung ergab dass ihm zehn Millionen Sesterzien übrig bleiben würden würden es kam ihm vor als sei ihm nunmehr ein bettelarmes Dasein beschieden wenn er mit zehn Millionen auskommen musste und so machte er seinem Leben durch Gift ein Ende wahrlich der Gipfel der Genusssucht wenn einem zehn Millionen Sesterzien wie Bettel Armut vorkommen Nun sage wo er an unermesslichen Gastereien nicht nur seine Freude fand sondern sich ihrer auch rühmte wo er mit seinen Lastern punkte wo er seine Mitbürger mehr und mehr zu seiner Schwelgerei bekehrte wo er die Jugend reizte seinem Beispiel zu folgen sie die auch ohne böse Beispiele von selbst schon gelehrig ist so ergeht es denen die über ihren Reichtum nicht nach Maßgabe der Vernunft verfügen die ihre festen Grenzen einhält sondern nach lasterhafter Gewohnheit deren Willkür ins Maßlose und Unfassbare geht der Begierde ist nichts genug der Natur genügt auch schon das Geringste die Armut also bringt dem Verbannten keinen Nachteil denn keine Verbannungsstätte ist so armselig dass sie nicht reichlich fruchtbar wäre zur Ernährung eines Menschen vom Zorn der Zorn sagt man hat doch einen gewissen Lustreiz es ist süß den Schmerz wieder heim zu zahlen keineswegs bei Wohltaten macht es einem Ehre Güte mit Güte zu erwidern anders steht es mit der Erwiderung von Beleidigungen Beleidigungen durch Beleidigungen dort ist es schimpflich sich besiegen zu lassen hier ist es schimpflich zu siegen es gibt ein aller Menschlichkeit spottendes Wort das gleichwohl überall im Sinne der Gerechtigkeit im Umlauf ist es unterscheidet sich von Beleidigungen nur durch die Reihenfolge wer den Schmerz heimzahlt hat nur er eine Entschuldigung für sein Vergehen dem Markus Kato versetzte einer aus Versehen im Bade einen Schlag denn wer hätte ihm absichtlich etwas zu Leide getan als er dann um Verzeihung bat sagte Kato ich wüsste mich nicht an einen solchen Schlag zu erinnern er hielt es für besser von der Sache nichts wissen zu wollen als sich zu rächen du fragst ob jenem nach einem solchen Streich nichts Schlimmes widerfahren sei Gott bewahre nichts als Gutes er machte Bekanntschaft mit Kato es zeugt von Hochherzigkeit wenn man Beleidigungen verachtet die kränkendste Art von Rache die einen treffen kann ist es gar nicht für wert gehalten zu werden um ein Opfer der Rache zu werden bei vielen haben sich leichte Beleidigungen gerade dadurch tiefer in ihre Seele eingegraben dass sie sich rechten der ist eine große und edle Erscheinung der es macht wie ein gewaltiges Tier das das Gebell kleiner Hunde anhört ohne sich darum zu bekümmern man wird heißt es sich weniger verachtet sehen wenn man sich für eine Beleidigung rächt wenn wir zur Rache greifen wie zu einem Heilmittel so soll es ohne Zorn geschehen nicht als wenn Rache süß wäre aber doch gewissermaßen nützlich oft aber ist es besser von der Sache nichts wissen zu wollen als sich zu rächen Beleidigungen von Seiten der Machthaber muss man mit heiterer Miene ertragen nicht bloß mit Geduld sie werden es wieder so machen wenn sie sehen dass sie ihren Zweck erreicht haben das ist der schlimmste Fehler an Menschen die durch großes Glück übermütig geworden sind wen sie beleidigt haben den hassen sie auch allbekannt ist die Äußerung eines Mannes der im Dienste der Könige grau geworden war als ihn jemand fragte wie er zu dem gelangt sei was bei Hofe die größte Ausnahme ist nämlich zum Greisenalter antwortete er dadurch dass ich mir Beleidigungen gefallen ließ und noch Dank dafür sagte oft liegt die Sache so dass es weit besser ist überhaupt sich nichts merken zu lassen als die Beleidigung zu rächen Kaligula ließ den Sohn des hoch angesehenen römischen Ritters Pastor in den Kerker sperren weil er sich nicht mit seinen Toilettenkünsten und seiner Haarkräuselei befreunden konnte der Vater bat ihm den Sohn am Leben zu lassen da ließ ihn der Kaiser sofort hinrichten als wäre er durch diese Bitte erst auf die Hinrichtung hingewiesen worden um sich aber gegen den Vater nicht aller menschlichen Rücksichten zu entschlagen lud er ihn an dem Todestag zur Tafel Pastor fand sich ein ohne in seiner Miene irgendwelche Verstimmung erkennen zu lassen der Kaiser ließ ihm eine halbe Kanne vorsetzen und ließ einen Beobachter neben ihm Platz nehmen der Ärmste hielt durch in einer Lage in der es ihm vorkommen musste als ob er seines Sohnes Blut tränke der Kaiser ließ ihm Salböl und Kränze überreichen und befahl Acht zu geben ob er sie annahm er nahm sie an dem Tage wo er seinen Sohn begraben nein wo er ihn nicht begraben hatte saß er an einer Tafel von hundert Gästen und schlurfte Getränke wie sie kaum an den Geburtstagen seiner Kinder am Platze gewesen wären er der von Podagra heimgesuchte Greis ohne eine Träne zu vergießen und ohne durch das geringste Zeichen seinen Schmerz kund zu geben er benahm sich als Gast beim Mahl gerade so als ob er mit seiner Bitte beim Kaiser durchgedrungen wäre du fragst warum er hatte noch einen zweiten Sohn dem Zorn also muss man entsagen gleich viel ob der Gegner uns gewachsen ist oder mächtiger oder schwächer mit einem der uns gleich ist sich zu messen ist eine bedenkliche Sache mit einem Überlegenen eine Tollwut mit einem Schwächeren eine Erniedrigung es verrät eine kleinliche und elende Sinnesart den der einen beißt wieder zu beißen Mäuse und Ameisen passen auf dich auf wenn du nur die kleinste Handbewegung nach ihnen zumachst alles Schwache fühlt sich verletzt wenn es berührt wird es wird uns zu größerer Milde stimmen wenn wir an das Gute denken was uns der dem wir jetzt zürnen früher einmal erwiesen hat und seine Verdienste werden die Beleidigung ausgleichen auch das sollen wir in Betracht ziehen wie viel der Ruf unserer Milde dazu beitragen wird uns beliebt zu machen wie viele nützliche Freunde uns unsere Nachsicht verschaffen kann um nichts macht man mehr Geschrei als um das Liebegeld dies lässt die Gerichtshöfe nicht zur Ruhe kommen hetzt Väter und Kinder gegeneinander schreckt vor Gift nicht zurück drückt Mördern ebenso gut wie Legionen das Schwert in die Hand an ihm klebt unser Blut um seinetwillen streiten und zanken sich Eheleute ganze Nächte hindurch drängen sich die Leute um die Tribunale der Obrigkeit geraten Könige in Wut werden zu Räubern und verwandeln Städte an deren Aufbau Jahrhunderte gearbeitet haben zu Trümmerhaufen um in der Asche derselben nach Gold und Silber zu stöbern man hat seine Lust daran Geldsäcke im Winkel liegen zu sehen um ihretwillen strengt man die Stimme an dass die Augen förmlich aus dem Kopf heraustreten um ihretwillen hallen die Gerichtsstätten wieder von dem Lärm der Verhandlungen sitzen Männer zu Gericht die aus fernen Gegenden herbei beschieden worden sind um zu entscheiden wessen Habsucht die besser berechtigte sei und wie vollends wenn es sich gar nicht einmal um einen Geldsack handelt sondern wenn um eine Handvoll Kupfergeld oder um einen Denar den ein Sklave falsch auf Rechnung gesetzt hat ein alter Mann der ohne Erben sterben wird vor Zorn sich nicht lassen kann wie wenn wegen eines lumpigen Zinsrestes eines Tausendstels ein gelähmter Wucherer dessen Hände beim Aufsetzen der Rechnung den Dienstversagen ein Geschrei erhebt und allen Anfällen der Krankheit zum Trotz seine Pfennige von den Bürgern einkassiert häufe vor mir alles Geld aus sämtlichen Bergwerken auf deren Ausbeutung wir so eifrig betreiben breite vor mir alle Reichtümer aus die in den Schatzhäusern geborgen sind wo die Habsucht sie wieder wie unter der Erde ruhen lässt aus der sie zum Unheil heraufbefordert wurden diese ganze zusammengehäufte Masse ist es in meinen Augen nicht wert dass ein braver Mann darüber die Stirn runzelt wie viel Grund haben wir doch das zu belachen was uns Tränen auspresst und nun weiter richte dein Auge auf das Übrige auf Speise und Trank und all den Prunk mit welchem die Eitelkeit sie ausstattet achte ferner auf Schmähworte als auf Gründe des Zorns auf unanständige Gebärden auf störrische Zugtiere auf faule Sklaven auf Verdächtigungen sowie auf böswillige Auslegung der Worte anderer die zur Folge hat dass die dem Menschen verliehene Sprache wie ein Unrecht der Natur gegen uns erscheint glaube mir es sind reine Lappalien wegen deren wir uns so ernsthafter bosen Dinge wie die um welche sich Knaben zanken und streiten nichts von dem was wir mit so tiefer Ergriffenheit betreiben ist wirklich ernst und groß eben darin liegt behaupte ich der Grund für euren Zorn und eure Sinnesverwirrung ihr achtet das Kleine für groß dieser wollte mich um eine Erbschaft bringen jener hat mich vor Gericht gebracht wegen langjähriger aussichtsreicher Erbschleicherei ein anderer hat es auf meine Buhlerin abgelegt was ein Band der Liebe sein sollte das ist nun Ursache des Zerwürfnisses und Hasses nämlich dass beide dasselbe wollen ein schmaler Pfad bringt die auf ihm wandelnden leicht in Zusammenstoß und Streit miteinander auf einer breiten und geräumigen Landstraße ziehen ganze Scharen dahin ohne sich gegenseitig zu stören das worauf ihr es abgesehen habt führt zu Streit und Hader mit denen die nach dem gleichen trachten denn es handelt sich um unbedeutende Dinge die nicht an den einen gelangen können ohne dem anderen entrissen zu werden alle Sinne sind der Kräftigung bedürftig sie sind von Natur fügsam wenn nicht üble Neigung sie verdirbt die täglich zur Rechenschaft gezogen werden muss so machte es Sextius am Schluss jedes Tages wenn er sich zur Ruhe begab fragte er sich welchen Mangel in dir hast du heute gut gemacht welchen Fehler hast du bekämpft in welcher Beziehung hast du dich gebessert der Zorn wird nachgeben und maßvoller werden wenn er weiß dass er täglich vor den Richter gefordert wird was kann es schöneres geben als diese Gewohnheit den ganzen Tag zur Prüfung an sich vorüberziehen zu lassen und was für ein Schlaf folgt auf diese Selbst Schau wie ruhig wie tief und frei wenn die Seele entweder ihr Lob oder ihre Mahnung erhalten hat und als ihr eigener geheimer Beobachter und Richter sich Rechenschaft gegeben hat über ihr sittliches Verhalten ich mache von dieser Fähigkeit Gebrauch und verantworte mich täglich vor mir selbst wenn das Licht entfernt und meine Gattin bekannt mit meiner Gewohnheit verstummt ist überschaue ich meinen ganzen Tag und wäge meine Handlungen und Äußerungen ab nichts bleibt mir verborgen nichts übergehe ich warum sollte ich denn auch vor meinen Verfehlungen mich fürchten da ich sagen kann gib Acht dass du das nicht wieder tust für diesmal sei es dir verziehen bei jenem Wortkampf hast du dich von der Streitlust zu weit fortreißen lassen lass dich nicht wieder in ein Gespräch mit Unkundigen ein diejenigen sind unbeholfen die nie haben Schüler sein wollen jenen hast du mit deiner Mahnung zu scharf angefasst daher hast du ihn nicht gebessert sondern beleidigt künftig sieh nicht nur darauf ob es wahr ist was du sagst sondern ob der dem auch verträgt ein gut gearteter lässt sich gern mahnen je schlechter einer ist desto barscher ist sein auftreten gegen den der ihn zurecht weist wozu Streit und Nachstellungen kannst du dem welchem du zürnst mehr anwünschen als den Tod er wird auch ohne dein Zutun sterben es ist verlorene Arbeit sich um das zu bemühen was doch von selbst eintreten wird du erwiderst ich habe es nicht gerade auf den Tod abgesehen sondern auf Verbannung Schmach Schaden die sollen ihn treffen ich finde es verzeihlicher seinem Feinde eine Wunde zu wünschen als eine Pustel denn dies zeugt nicht nur von boshafter sondern auch von kleinlicher Gesinnung magst du es nun auf die härtesten oder auf geringere Strafen abgelegt haben wie rasch verfliegt die kurze Spannezeit während der jenem die Qual der Strafe auferlegt und dir die boshafte Freude daran gegönnt ist wie bald werden wir den letzten Atemzug tun solange wir aber noch atmen solange wir noch unter Menschen sind wollen wir auch Menschlichkeit üben niemandem soll Furcht vor uns niemandem Gefahr von uns drohen Beeinträchtigungen Beleidigungen Schmähungen Sticheleien wollen wir verachten und frohen Mutes die kurzen Widerwärtigkeiten ertragen im Handumdrehen sozusagen werden wir der Sterblichkeit unseren Tribut zahlen